Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, ein Wolf in Bebenbelts anzunehmen bei Oberstarquicks Fürst Kwamush im Silberwald, an dieser Stelle bzw. in diesem Lager hier, wird der patholiert ein bisschen. So, wir sollen jetzt 10 Beben töten, unauffällige Beben, ach, unverdächtige Beben. Hä, was sind unverdächtige Beben? Da bin ich ja mal gespannt. Ihr seht, es gibt mehr Request Gebiete, bis jetzt unverdächtige Beben. Ok, ich greife mal an. 1 von 10. Da ist noch einer. Pfeifen wir auch diesen an. Da ist auch noch einer. Hier war auch die Map. Das ist ein kleines Großgebiet. Und hier ist ein größeres. Da habe ich schon mal die Hälfte zusammen. Ich maunte mal auf und schaue nach wie es im großen Gebiet aussieht. Schaut mal. Gleich hier. Ich hole mal hier die drei zusammen. Die sehen auch alle irgendwie ein bisschen unterschiedlich aus. Fast. Mindest gibt es mehrere Sorten. Und dann fehlt noch ein unverdächtiger Beben. So, kommt zurück. 10 von 10. Das ging ja ziemlich flott. Waren aber auch keine anderen Spieler hier unterwegs, die mir die Beben klauen könnten. Da wäre auch noch einer gewesen. Und natürlich sind weiter hinten auch noch welche gewesen. Aber ich bin nicht so weit ins Quest Gebiet vorgewügt. Und da ist er. Oh, anscheinend hat es sich bis jetzt noch nicht weiter bewegt. Quest ist abzugeben. Bei Oberster Quicks Fürst Quomusch. Im Silberwald. In diesem Gebiet. Ich hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach Video positiv bewerten und oder meinen Kanal abonnieren. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Tschau.